Ja und heute mal ein ganz wichtiges Thema. Ich habe für euch mal den Test gemacht. Ich wollte meine Scrubpads waschen. Nachdem ich die natürlich in den Videos richtig verschmutzt habe, habe ich die natürlich in die Waschmaschine gegeben und habe für euch mal noch ein paar Tücher dazugehauen. Hier komplett in weiß. Das Ganze mit dem ADBL Microwash mal richtig durchgewaschen. Und das war auch für uns alle mal ein Versuch. Kann man diese Spezialfaser wirklich gut in der Waschmaschine waschen? Und da muss ich euch eins sagen. Ich bin da nicht so 100% glücklich damit. Ich werde die in Zukunft immer per Hand auswaschen. Ihr seht hier die Waschhandschuhe, die ich da mit drin hatte, die auch schmutzig waren, sind super sauber geworden. Die Tücher, hier, schneeweiß, absolut top, absolut sauber. Sehr, sehr geiles Waschmittel. Aber unsere Waschmaschine hat die Scrubpads nicht unbedingt mit Liebe behandelt. Ihr seht hier, die sind richtig eingegraut und natürlich auch noch waren jede Menge Fussel mit drin. Deswegen auch der Hinweis an euch, wascht die per Hand aus. Entweder strahlt ihr die hier im Eimer mit dem Hochdruckreiniger ab oder in einem Waschbecken, ist mein Tipp. Es haben auch schon viele geschrieben, bei denen hat es in der Waschmaschine gut geklappt. Aber ich muss euch sagen, einfach probiert es aus, aber ihr habt meine Warnung bekommen. Einfach austesten und dann werdet ihr sehen, ob es funktioniert.